hallo liebe youtuber liebe youtube netten ein weiteres outfit of the day heute ist fußball und es werden heute über 30 grad und aufgrund dessen habe ich beschlossen mich heute locker luftig anzuziehen und zwar trage ich wir fangen ja oben an einmal diese wunderschönen glänzenden ohrringe für 1 euro gab es die im moment bei td und weil ich das unbedingt haben wollte dieses blau fand ich schön und habe ich mitgenommen ja dann habe ich von new yorker dieses top das ist einmal hier so rückenmäßig total toll und dann das hat glaube ich sieben euro gekostet dann diese short die ist auch total toll das ist so leidenstoff und die hat 8 euro gekostet und dazu einmal wieder wunderschöne weiße püms und mit diesen Sachen werde ich mich heute begnügen das war mein outfit of the day ganz knitzeklein geschminkt habe ich eigentlich relativ wenig weil bei dem wetter hält ja eh nicht viel einfach nur niedstrichen scharzen und richtig richtig schön viel mascara und jetzt fahre ich meine kleinen süßen kinder angucken weil meine aller 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 liebste lieblings schnucki putzi mausi hasi hat ihre babys gestern gekriegt und ich gehe jetzt hier gucken und ja mal gucken wie die so frisch geschlüpft aussehen also quasi frisch gepresst ja liebe youtuber einen wunderschönen tag und deutschland wird weltmeister bis demnächst tschüss